ja hallo freunde und herzlich willkommen hier aus karsten im böhelm kirchen wir nutzen das schöne wetter und gehen heute rauf auf den hegerberg und dann weiter nach varendorf ja wieder super runde und ich würde sagen wir werden einfach los starten und gehen wir ja 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 und ja 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020